Hi zusammen und herzlich willkommen auf den Fototagen von Fotokoch. Mein Name ist Dennis Wilk mit dem gleichnamigen YouTube-Kanal und ich bin Abassador für Godox Deutschland und habe euch heute was ganz Besonderes mitgebracht und zwar den Godox AD100 Pro. Dieser hat nämlich den Tipa-Preis 2021 als bester portabler Blitz gewonnen und welche Funktionen er alles hat und wie er den in der Praxis einsetzt, das erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Okay, bevor wir uns die ganzen Specs dieses kleinen Blitzes etwas genauer anschauen, würde ich sagen, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, wie der Blitz geliefert wird. Geliefert wird er schon mal in dieser wunderschönen kleinen praktischen Tasche. Die schützt es nicht nur beim Transport, sondern organisiert den Blitz auch wunderbar. Wir machen das Ganze einmal auf und zum Vorschein kommt der Blitz. Und ihr seht schon, er ist wirklich super klein und kompakt. Es ist schon der Wahnsinn, dass 100 Wattsekunden aus diesem kleinen Blitz hier rauskommen sollen. Aber wie gesagt, zu den Specs kommen wir gleich. Was ist noch mit dabei? Zum einen eine Halterung, die wir direkt unter dem Blitz anbringen können. Die es uns dann ermöglicht, hier zum Beispiel mit einem Durchlichtschirm zu arbeiten oder das Ganze dann, wie gesagt, hier am Stativ zu befestigen und vorne mit dem AK, dem Accessory Kit von Godox zu arbeiten. Das packen wir auch mal wieder rein. Dann haben wir einen Akku mitgeliefert. Denselben Akku haben sie auch verbaut im V1. Wer also Besitzer ist, des V1, aber wir kommen auch gleich noch kurz zu den Unterschieden, kann die Akkus also parallel zueinander nutzen. Ein Ladegerät ist heutzutage auch nicht mehr üblich. Finde ich übrigens super, dass sie es mit dabei gepackt haben. Netzteile sind heutzutage bei den Herstellern meistens nicht mehr mit dabei. Und die passende Ladeschale für unseren Akku. Gut, wir bringen das Ganze hier mal an und gucken uns den Blitz mal etwas genauer an. Hier unten habt ihr zwei Möglichkeiten, das Ganze zu verschrauben. Jetzt sitzt das Ganze schon und wir können den Akku hier ebenfalls einmal anbringen. Dafür kann man das Ganze auch nicht verwechseln, denn wir haben hier eine Ecke, die abgeflacht ist und somit lässt sich der Akku auch nur in eine Position anbringen. Wenn der Akku drin ist, können wir das Gerät anschalten über den Einschalter und müssen das Gerät noch freigeben, indem wir am Rad drehen, im wahrsten Sinne. Und unser Blitz ist schon eingeschaltet. Wir packen mal die Verpackung weg und wo wir schon mal hier vorne sind, schauen wir uns noch mal ganz kurz die Bedienung des Gerätes etwas genauer an. Wir haben hier oben einmal den besagten Einschalter, darüber einen Blitztest, ob unser Blitz auch auslöst. Wir können den Zoom-Bereich an diesem Gerät ändern und zwar von 28 mm auf 85 mm. Können wir hier unseren Kanal bzw. unsere Gruppe ändern und auf der anderen Seite kommen wir dann noch ins Menü und haben darüber noch die Modustaste, womit sich unser Blitzmodus verstellen lässt direkt am Blitz. Darunter noch eine Taste, um hier unser Modeling Light ein- und auszuschalten. Auch das wieder eine kleine Besonderheit, denn der kleine Blitz hat ein 2 Watt Modellierlicht. Das ist jetzt nicht sonderlich viel Leistung, kann uns aber gerade in Studiosituationen, wo wir mit wenig Licht arbeiten, beim Fokussieren helfen. Das erste, was uns bei dem Blitz natürlich auffällt, ist wie gesagt die Größe. Wenn ihr das Ganze mal mit meiner Hand vergleicht, fällt gleich auf, das Ding ist nicht viel größer als meine Hand. Und selbst der V1, ich habe ihn hier mal nebengestellt, der ja nun schon wirklich nicht groß ist für die Leistung, die er mit sich bringt, ist gerade mal oder ist doppelt so groß wie der AD100 Pro. Auch im Vergleich mit dem AD200 Pro genau dasselbe Spiel. Er ist einfach mal halb so groß. Und das kann für manche den entscheidenden Unterschied bringen. Gerade in der Hochzeitsfotografie oder auf der Reise, dass wir mit kleinem leichten kompakten Gepäck arbeiten. Und hier können wir statt einem Blitz gleich zwei mitnehmen. Natürlich mit dem Abstrich etwas weniger Leistung zu haben, aber im Vergleich zum V1, der ja mit 72 Watt Sekunden daherkommt und er hier mit 100 Watt Sekunden, heißt das in der Praxis 0,5 Blenden mehr Leistung bei kleinerer und kompakter Bauform. Aber was wir natürlich dabei nicht vergessen dürfen ist, der V1, den können wir noch auf unserer Kamera nutzen und das können wir hier bei dem AD100 Pro nicht tun. Okay, was haben wir jetzt hier alles? Wir haben hier also 100 Watt Sekunden Leistung. Das ist für so einen kleinen Blitz eine ganze Menge. Der Blitz verfügt dabei außerdem über einen runden Kopf, der mit dem AK, also Accessory Kit von Godox mit verschiedenen Lichtformern genutzt werden kann. Wen das Thema interessiert, dem verlinke ich jetzt oben einmal in der Infobox das Video zu dem AK R1. Das ist das Accessory Kit R1 von Godox, wo ich die einzelnen Module dieses Accessory Kits vorstelle, die wir hier auf diesem Blitz nutzen können. Was bringt der Blitz sonst noch mit sich? Wir haben hier TTL, True the Lens. Das bedeutet, unsere Kamera und der Blitz arbeiten zusammen, ermitteln eine richtige Belichtung, eine technische richtige Belichtung und der Blitz gibt genau die richtige Lichtmenge an unser Objekt raus. Des Weiteren haben wir HSS, High Speed Sync. Das bedeutet, dass unser Blitz über die normalen Verschlusszeiten heraus, also eine Zweihundertstel, mit unserer Kamera kommunizieren kann und wir dann im High Speed Bereich blitzen können. Das kostet natürlich einiges an Leistung, aber wir haben wenigstens die Möglichkeit, dort mitzuarbeiten. Und gerade wenn wir im Studio arbeiten, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Aber da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir uns die Einsatzbereiche dieses kleinen Blitzes anschauen. Des Weiteren habe ich eben schon angesprochen, haben wir ein Modellierlicht mit verbaut und die Möglichkeit zu zoomen. Das heißt, wir können hier unseren Lichtkegel von extrem breit auf extrem schmal machen. Was mit dem Blitz nicht ohne weiteres funktioniert, ist der Einsatz mit Softboxen. Hierzu benötigen wir nämlich den S2 Bounce Adapter, wo wir den kleinen AD100 dann einspannen können und jede handelsübliche Bounce Softbox an den Gerätern nutzen können. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, jede Bounce Softbox zu nutzen. Wir können Durchlichtschirme mit dem kleinen Kerl nutzen und haben die Möglichkeit, mit dem AKR1, also dem Accessory Kit, auch hier das Licht in die passende Form zu bringen. Also schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ich finde. Und das Ganze bei einer kleinen kompakten Bauform sehr, sehr praktisch, wenn wir unterwegs sind. Wo sehe ich jetzt aber die Einsatzbereiche des Godox AD100 Pro? Für mich ganz klar in der mobilen Studiofotografie, also immer dann, wenn wir Indoor arbeiten, wo wir also definitiv nicht so viel Lichtleistung brauchen. Wo ich ihn überhaupt nicht sehe, ist im Outdoor-Einsatz. Da maximal als Streiflicht, das kriegt er hin, das ist kein Problem, aber nicht als Hauptlicht. Gerade wenn wir in der knallen Mittagssonne arbeiten, hat er einfach nicht genug Leistung, um hier vernünftige Ergebnisse rauszubringen. Des Weiteren sehe ich den AD100 Pro in der Studiofotografie. Gerade in der Studiofotografie ist es mir immer sehr, sehr wichtig, die Leistung sehr, sehr weit runter regeln zu können. In der Regel brauche ich dort keine 400 Watt Studio-Blitze. Das Maximale, was ich gerne in der Produktfotografie im Studio einsetze, sind so 200 Watt Sekunden. Das ist genügend Leistung für die meisten Produkte, um sie vernünftig auszuleuchten. Und ich kann die Leistung extrem weit runter regeln, um nur ganz, ganz kleine, feine Nuancen zu geben, um zu fotografieren. Und gerade im Bereich der Hochzeitsfotografie sehe ich den AD100 auch. Denn hier haben wir die Möglichkeit, zwei Blitze statt eine mitzunehmen, wenn wir den V1 nehmen oder ihn als Erweiterungsblitz einfach noch schnell mit unsere Fototasche reinzuschmeißen. Denn er nimmt nicht mehr Platz weg als ein Objektiv, ist leicht und damit gut für uns unterwegs zu handeln und dabei zu haben. Ich würde sagen, wir springen mal schnell rüber in mein Studio und schauen uns mal an, wo ich den AD100 Pro eingesetzt habe und wie das Ganze in der Studio-Fotografie dann ausschaut. So, und ihr seht schon, wir stehen im Studio. Denn das ist für mich der nächste große Anwendungsbereich für den AD100 Pro. Den gibt es mittlerweile im Dreier-Set, also gerade für die Produkt- bzw. Portrait-Fotografie, im Indoor-Einsatz wunderbar geeignet. Ich habe schon gesagt, die 100 Watt werden uns Outdoor nicht dazu reichen, Portraits zu machen bei praller Mittagssonne. Das ist eher ein Blitz, der sich, wie gesagt, an die Indoor-Fotografen, an unsere Hochzeitsfotografen, Portrait-Fotografen richtet oder auch an die Produktfotografie. Kommen wir auch gleich noch zu. Diesen Blitz, wie gesagt, kann man natürlich so einsetzen oder mit dem dementsprechenden Accessory-Kit. Oder ihr könnt dadurch, dass wir hier unten eine Aufnahme für einen Durchlichtschirm haben, verschiedene Lichtformer nutzen. Und das möchte ich euch ganz gerne mal zeigen. Als allererstes vorbereitet habe ich für euch, wie eben schon angesprochen, einen einfachen Durchlichtschirm. Wir packen das Ganze mal ein bisschen weiter nach hinten. Den hier einfach einmal durchgeschoben. Mal eingeschaltet. Und ihr seht schon, das Ganze wird wunderbar ausgeleuchtet. Das wäre also die erste Möglichkeit, um unser Licht hier zu formen. Was haben wir aber noch im Repertoire? Wir nehmen den mal wieder ab. Als nächstes habe ich für euch nochmal eine Schirmsoftbox vorbereitet. Auch die eignet sich bei dem AD100 Pro. Ich knister rum. AD100 Pro, gerade indoor, wunderbar. So, und die kann ich jetzt auf mehrere Weisen wieder nutzen. Einmal spanne ich sie mir einfach nur rein und kann sie jetzt als relativ hartes Licht nutzen. Einfach durch den Schirm oder wir machen einfach den mitgelieferten Diffusor davor. Und jetzt haben wir eine vollständige Softbox hier. Und das ist halt richtig cool und das macht den Blitz so richtig flexibel. Hier kann ich ihn jetzt mit Schirm nutzen. Einmal mit Diffusortuch als Softbox, als 80er Softbox. Und da reicht der Blitz locker aus, um den uns auch dementsprechend dann mit Licht zu füllen. Dazu könnte ich natürlich noch das Accessory Kit nutzen, dann den Diffusor-Dom noch mit davor machen. Dann habe ich noch eine breitere und weichere Ausstrahlung. Gerade für Portraits, Halbkörper-Portraits. Wenn wir indoor arbeiten, perfekte Kombi. Und dadurch, dass dieses Schirmsystem hier ist, haben wir gepaart mit dem AD100 ein super kleines Packmaß. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Ich baue das hier mal ganz kurz wieder ab und zeige euch noch die letzte Möglichkeit, die wir mit dem Blitz haben. Und als letztes haben wir die Möglichkeit, den S2 Adapter von Godox zu nutzen. Hier jetzt einfach unseren AD100 Pro einzuspannen und jede beliebige Softbox mit Bounce-Anschluss mit dem AD100 Pro zu nutzen. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel auch wieder die kleine und kompakte Softbox von Godox nutzen. Mit dem dementsprechenden Adapter dahinter entweder hier direkt vorspannen oder mit dem Bounce-Anschluss das Ganze anbringen. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, jede Softbox zu nutzen mit Bounce-Anschluss. Und unserer Flexibilität sind auch hier wieder keine Grenzen gesetzt. Dadurch, dass wir den jetzt in der S2 drin haben, haben wir auch die Möglichkeit, ihn etwas nach vorne und nach hinten zu bewegen, den Blitz, und damit die Ausleuchtung bzw. den Abstrahlwinkel innerhalb der Softbox zu verringern oder zu vergrößern und damit das Lichtbild auch noch etwas zu steuern. Gut, das war ein Anwendungsbereich und den nächsten, den schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. So, ich habe nochmal für euch umgebaut. Produktfotografie. In der Produktfotografie finde ich den AD100 Pro perfekt. Denn mit seiner geringeren Leistung von nur 100 Watt und der Möglichkeit, ihn auf eine 256stel runterregeln zu können und das in sehr, sehr kleinen, präzisen Schritten, können wir in der Produktfotografie das Licht perfekt setzen. In der Regel, gerade wenn ich Indoor arbeite, brauche ich keine riesigen Lichtquellen. Ab und zu brauche ich mal eine große Lichtquelle, eine große Softbox, aber in der Regel ist es bei mir so, dass ich ganz, ganz gezielt ein kleines Licht irgendwo setzen möchte. Und da bietet sich der AD100 wirklich an. Außerdem mit dem runden Kopf haben wir eine schöne, runde, harmonische Ausleuchtung und gerade jetzt in dem Fall brauchen wir keinen zusätzlichen Lichtformer. Und wenn doch, haben wir das Accessory Kit, was wir optional uns dazu holen können und können uns das Licht in die Form bringen, wie wir es für unser Shooting benötigen. Gut, ich würde sagen, wir springen mal wieder an meinen Schreibtisch und gucken uns die letzten Details bei mir drüben einmal an. Gut, ihr seht also, der Godox AD100 Pro ist ein kleiner, leichter, kompakter Blitz, der das Sortiment der Godox-Familie hier erweitern soll, um einen kleinen, kompakten 100 Watt Blitz. Dieser Blitz wird eine Nische bedienen, dem muss man sich bewusst sein. Das wird jetzt kein Blitz sein, den man sich als Hauptblitz zulegt. Denn wir gucken uns mal ganz kurz den Vergleich an zu den Blitzen, die als Alternative in diesem Preisbereich in Frage kommen. Dazu kommt für mich als allererstes haben wir dort den Godox V1. Der Godox V1 ist für alle die, die noch keinen Blitz haben und in die Rundkopf-Fotografie einsteigen möchten. Denn der Vorteil, den ich an dem V1 sehe, ist, dass wir hier ihn auf der Kamera nutzen können und er einen eingebauten Funksender hat. Damit können wir ihn sowohl außerhalb der Kamera als auch auf der Kamera direkt einsetzen und sind deutlich flexibler als mit dem AD100 Pro. Mit dem in Anführungsstrichen Nachteil, dass er fast doppelt so groß und schwer ist. Aber wie gesagt, für alle die, die noch keinen Blitz haben, wäre der V1 für mich in dem Falle die bessere Wahl. Als Ergänzung wiederum zu dem V1 für alle, bleiben wir mal bei der Hochzeitsfotografie, Hochzeitsfotografen, die vielleicht noch mal ein Streiflicht setzen wollen, die einen kleinen Blitz irgendwo verstecken wollen, um noch mal einen Aufheller zu setzen und keinen zweiten V1 dabei haben wollen und noch kleiner und kompakter dabei sein wollen, für die ist er perfekt. Denn wir können ihn auch mit dem V1 nachher gemeinsam steuern und bräuchten dazu noch nicht mal einen Funkauslöser. Dann haben wir ungefähr in der gleichen Preiskategorie den AD200 Pro. Zwar nicht den Pro, der Pro ist ein bisschen teurer, aber der AD200, der auch für roundabout 300 Euro zu bekommen ist. Hier habt ihr neben der doppelten Leistung, die sich in der Praxis extrem bemerkbar macht, noch die Möglichkeit extrem viel Zubehör dazu zu kaufen. Dieser hier gehört zu meinen Lieblingsblitzen, aber den werde ich in einem separaten Video noch mal vorstellen. Also auch hier wird der AD100 Pro den AD200 definitiv nicht ersetzen. Aber auch hier wieder, wer auf Kleinheit, Leichtheit und Kompaktheit Wert liegt, der kann auch gut zum AD100 greifen. Mit dem Abstrich nur die halbe Leistung zur Verfügung zu haben. Das heißt also, ihr habt hier im Endeffekt drei Möglichkeiten in das mobile Blitzsystem von Godox einzusteigen. V1, AD100 Pro oder AD200 Pro. Alle spielen ungefähr in der gleichen Preisrange. Da müsst ihr euch natürlich die Frage stellen, in welchem Bereich ihr starten wollt. Ich kann nur so viel sagen, der kleine Blitz hat mich in der Praxis extrem überrascht, denn er ist wirklich von der Portabilität extrem hilfreich. Und gerade im Bereich der Produktfotografie hatte ich sehr, sehr viel Freude mit dem kleinen Blitz, denn man kann ihn auch an den unmöglichsten Stellen positionieren. Dadurch, dass er kaum Gewicht mit sich bringt und mit dem AK, also mit dem Accessory Kit, dann auch noch die Möglichkeit hat, verschiedenste Lichtformen anzunehmen. Gut, viel mehr gibt es zu dem AD100 Pro auch schon nichts zu sagen. Ich hoffe, das Video war interessant. Wenn ja, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.